Ich bin total schlimm, ich weiß, ihr könnt alle mit mir schimpfen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen umgebaut und auch ein bisschen was versucht, wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal versucht, ein bisschen Rocky Mountains Flair reinzubringen. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich glaube, es ist noch ausbaufähig. Aber so fürs erste Mal habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ich habe den Platz hier wieder mal entfernt und ich habe meine Lehn so hingebaut mit ein paar Tüche. Ja, denn mir gefällt es irgendwie nicht, dass es hier so, ich weiß auch nicht, das sieht so durcheinander aus. Wisst ihr, was ich meine? Also so ganz strukturiert will ich das auch nicht haben, aber ich will es auch nicht so durcheinander haben. Und da habe ich mir überlegt, da ich ja zu Anfang des Let's Place Club gesagt habe, dass die Käfige, die Gehege sowieso irgendwie mal wegkommen, bis auf die Beine, die lasse ich wohl doch stehen, weil ich habe hier so schön das mit den Felsen gemacht. Aber was ich wegmache, ist halt das Wolfsgehege und jetzt kommt, mir sind die alle weggestorben. Ja, ich habe sie ausgerottet. Oh mein Gott. Nein, aber das ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, um dieses Gehege zu entfernen, denn dieser Weg soll hier weitergehen und wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, geht der genau, ne, hoffentlich an diesem Gehege hier so ein bisschen dran vorbei. Gut, dann fange ich mal am besten mal damit an. Indem ich mal hier jetzt alles entferne, damit ich mal ein bisschen Platz schaffe. So, das lasse ich jetzt erstmal stehen, genau. Äh, wartet, wartet, wartet. Jetzt wird es kompliziert, ne? Barriere bearbeiten. Jetzt muss ich das alles einzeln entfernen, ist das so? Okay. Ja, gut. Machen wir mal die Spendendosen weg, nicht wahr? So. Da jetzt sowieso keine Wölfe mehr drin sind. Traurig, aber wahr? So, okay. Ähm. Oh, das ist bitter, ne? Jetzt muss ich alles... Alles... Kannst du dich mal... Genau, ich dachte schon, das kann ich nicht markieren. Es kommt ein neues Wolfsgehege, versprochen. Ich mag nämlich Wölfe, unheimlich gerne. Genau, schmeiß das alles weg. Und dann muss ich auch den Boden wieder ebenerdig machen, ne? Aber sonst, ähm, komme ich ja hier nie voran, habe ich so das Gefühl. So, das ganze Spielzeug muss jetzt auch natürlich weg. Ist natürlich jetzt eine kleine Furzellarbeit, ne? Aber gut, ist nichts zu ändern. Ich meine, sowas kann ich ja auch gerne offscreen machen. Nur ich denke, vielleicht will der ein oder andere das auch sehen, wenn ich hier so ein paar Dinge einfach... Oder, ja, einfach verändere. Zumal das jetzt auch eine große Sache eigentlich ist, ne? Ich meine, der ein oder andere, der wundert sich dann wahrscheinlich. Hä? Wo ist das Gehege hin? Ich glaube, das ist ja nicht so schön. So, ich hätte auch fast einen neuen Zoo angefangen. Ach ja, so bin ich halt manchmal. Dann kriegt man so eine Anwandlung. Kannst du dich jetzt mal... Ne? Doch, kannst du. Dankeschön. Dich einfach mal entfernen. So. Machen wir die Spendenboxen auch weg. Da sind sowieso null Dollar drin. Oh. Ach, egal. Was soll der Geiz? So. So, okay. Und hier, ähm, ich hatte im Kommentar, ich glaube heute, erhalten, mit dem Tipp, dass ich doch so eine Arterhaltungstafel machen sollte oder sowas. Ähm, sind das hier nicht diese Arterhaltungstafeln? Und ich habe auch die Lautsprecher, ja? So, okay, ähm, ach, hier auch, genau. Das kann auch mal weg. So. Das noch. Und das noch. Jetzt habe ich, glaube ich, alles so weit entfernt, oder? Gut. So, dann kann ich jetzt das Gelände mal ein bisschen glatt machen. Genau. Die ganzen Spuren verwischen, die man hier so verzappt hat. Und er macht automatisch langes Gras, ne? Oh Gott, die Musik dabei, die passt irgendwie, ne? Dieses Traurige. So. Äh, ach so, das Fenster kann man größer und kleiner machen. Ehrlich jetzt? Wusste ich gar nicht. Bin jetzt aus Versehen nur dagegen gekommen. So, schön langsam machen, ne? Damit ich das nicht zu sehr absenke, glaube ich. So. Seht da mal. Als ob nie was gewesen wäre. Naja, so ähnlich, ne? Das kostet alles Kohle. Oh mein Gott. Na gut, aber so ist es halt. So, dann werde ich jetzt einfach mal den Weg jetzt hier weiterführen. Und zwar mit der Rasterausrichtung. Kannst du dich mal hier... Ach so, ja, ich muss... Natürlich. Ich muss ihn ja erstmal setzen, ne? Genau. So war das. So, dann baue ich jetzt den Weg hier weiter. Bis dahin erstmal. Denn ich werde das auf jeden Fall auch noch versetzen. Ja, und den Eingang auch. Den Eingang mache ich nämlich dann jetzt hierher. Ähm, und dieses, äh, diesen Tempel, den werde ich dann irgendwie... Ja, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Aber ich lasse es jetzt erstmal stehen. So. Genau so schaut es aus. Aber irgendwie... Habe ich so das Gefühl? Das ist gar nicht gerade zu der Begrenzung, ne? Warum nicht? Ich habe doch hier gerade gebaut. Ist mein Zoo schief, oder wie? Oder täuscht es jetzt schon wieder? Ha. Okay. Ja, dann... Dann ist es wohl so. So, wartet mal. Ich werde jetzt einfach mal hier... Ich bin mal so dreist. So, mach mal den... Raster... Das Raster da hin, genau. Achso. Das... Ah ja, okay. Das hat gestört. Alles klar. Also, irgendwie... Also, entweder ich habe tatsächlich einen Knick in der Optik, oder... Ne, das ist doch nicht gerade. Guck doch mal, oder? Doch. Ist das gerade zu diesem Weg? Also, zu der Abgrenzung? Abgrenzung? I don't know. Aber eigentlich müsste das ja... Weil das ist doch hier auch gerade. Ha. Gut. Gut, 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 gut. So, dann kann ich jetzt... Ähm... Das auch mal entfernen. Weil das braucht auch kein Mensch. Gerade. So. Genau. Der macht dich auch mal weg. Genauso wie das. So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder eine Anbindung machen. Moment mal. Ach ja. Diese Umstrukturierungen ständig, ne? Die die Fanny immer machen muss. Okay, passt mal auf. Das sind vier Meter Wege, genau. Wartet mal. Okay. Das muss ich jetzt irgendwie... So. Ja. Wobei, wartet mal. Ich glaube, ich mache das dann nochmal weg. Vielleicht mache ich das eher hier hin. Kannst du dich mal wegmachen, danke. So, genau. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Es tut mir leid, meine lieben Gäste. Okay, wartet mal. Jetzt habe ich doch einen Denkfehler. Mach dich mal da hin. Dann mache ich das doch nochmal weg. Ja, so läuft das, ne? Wenn man so ein bisschen herumplant. Genau, so. So ist gut. So ist gut. Okay, jetzt sind, glaube ich, die Bänke im Weg, ne? Einmal weg mit euch. So, und einmal das noch weg. Genau. So, okay. Und dann kann ich nochmal... Nein, das blockiert. Okay, ich habe es verstanden. Okay. So, nein, so. Sehr schön, sehr schön. Okay, das hätten wir schon mal. Ähm, dann muss ich erstmal wieder einen Mitarbeiterweg bauen. I see, I see. Dahin, genau. Oh, macht er das da so automatisch, da, diesen kleinen, das kleine Stück so blöd? Ach so, jetzt habe ich schon wieder nicht, ach, schon wieder diese, diese, ähm, diese Geländer nicht mit dran gemacht, ne? So. Ja, jetzt steht das natürlich ein bisschen, ähm, bescheiden, würde ich mal sagen. Ups. Ähm, stellen wir mal den Mülleimer erstmal da hin. Wie kann man das jetzt gemeinsam kopieren? Geht das? Ach. Geht nicht? Okay. Okay. Wah. Bitte nicht runter. Um Gottes Willen. Ähm. Drehen wir mal so ein bisschen, ne? So. Und dann muss ich auch noch das einmal kopieren und das dann irgendwie da randingsen, ne? Ne. So. Ähm. Ist es das hier, was ich, ne, das brauche ich, das hier, ah, genau, das wollte ich haben. Alles klar. Ne, das ist immer noch falsch. Moment. Falscher Kreis. Diesen Kreis brauche ich. Ne. So. Okay. 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 Was ist denn das Rote nochmal? Ne, das ist das Grüne. Ich wollte den roten Kreis haben. Ah ja, das ist die Neigung, alles klar. Okay, okay. So, dann einmal hoch. Oh, ist aber mega schief, ne? Ja, das hat die Fanny drauf, mega schief zu machen. Ne, das ist immer noch die Neigung. Ich nehme immer den Falschen, ne? Ah ja, okay. Da, da hätten wir es. So. Sieht doch gut aus, oder? Habe ich gut gemacht? Und sogar richtig rum. Haha. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, dann mach dich mal weg hier. So. Ähm. War hier nicht noch dieser Lautsprecher? Ähm. Den bewegst du mal da hin. Genau. Fantastisch. So, dann hätten wir das erstmal korrigiert. Das ist schon mal gut. Okay. So. Dann hätten wir schon mal ein bisschen was erreicht, würde ich sagen. Oh, entschuldigt. Oh, joi, joi. So. Äh. Was ist das jetzt hier? Das ist die Toilette. Okay. Toilette ist auch ganz wichtig. Die sollten wir auch wieder anbinden. Erstmal. So. Stört die jetzt auch nicht? Ich kann es leider nicht lesen durch mein Da ist der Strom Gebäude Wo war denn das? Ähm. Ob das stört? Wisst ihr, was ich meine? Äh. Das ist der Strom. Gebäude? Was ist hier? Ach so, das ist... Ah. Das ist jetzt gar nicht mehr verbunden, ne? Aha. Okay, okay. Ich verstehe. Darf ich... Wo sieht man das nochmal? Ob das stört? Ist es das hier? Mein Gastbedürfnisse. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Dieser Einfluss. Wisst ihr, ob das auf die Gäste negativen Einfluss hat? Das würde mich jetzt mal irgendwie interessieren. Ich würde mal sagen, muss ich nochmal ganz kurz... Ähm. Nee. Das war hier. Arbeitsbereiche. Genau. Ach so, jetzt sind die ja doch hier wieder mit drin. Äh? Okay. Gut, gut, gut. Ich dachte, wenn man die oben stellt, muss man die wieder neu anordnen. Aber... Sieht nicht so aus. Was ist denn das hier? Ach so. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Ach so. Die muss ich auch noch mit hinzufügen, ne? Okay, ich habe es verstanden. Dann muss ich das jetzt hier auch nochmal machen, bei denen. Genau. Okay. Wunderbar. Wie kein Mitarbeiter im Arbeitsbereich. Was? Ha. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Ja. So, gut. Ähm. Dann werde ich das Ding jetzt auch wieder versetzen. Ja, ich habe gerade überlegt. Ich habe gerade überlegt. Ach du, meine Güte. Nein, 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 nein. Habe ich gar nicht alles mitgenommen? Wobei, da kann ich ja auch nochmal neue Welt machen, ne? Genau. Dann mache ich das lieber so. Einrichtungen. Ähm. Gäste-Einrichtungen. So, was nehme ich denn? Ähm. Auf jeden Fall die leere Hülle. Wieder. Ähm. Neue Welt. Wo bist du? Das Zoo-Eingang. Neue Welt. Toilette klein. Warum sieht denn die auf einmal so anders aus? Ach so. Hä? Wartet mal. Ich hatte doch die neue Welt, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Sag nichts. Neue Welt. Ja. Aber die haben einen gebungenen, äh, Dingsenbumsen. Bumsenbumsen. Hier, das hier. Ach so. Das gibt's verschiedene neue Welten. Ja, okay. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Aha, aha. Okay, okay. So, dann mache ich erst mal wieder Lahn groß. Ungefähr hier hin. Tada. So, und dann mache ich... Kann man mal so ein Water-Ding nehmen? Okay, sehr gut, sehr gut. Und... Und irgendein so ein Fry's-Ding. Perfekt. Das ist nicht perfekt. Leute, was habe ich da gemacht? Was habe ich da... Ja, Entschuldigung. Warum? Wartet mal. Ähm. Ach ja. So, dann nochmal löschen, bitte. Das hat sich jetzt aber ganz schön komisch hier angesiedelt. Wartet, wartet, wartet. Ich muss das nochmal bewegen. Ich bewege das jetzt einfach mal hier hin. Ach, meine beiden Verkäufer sind auch schon da. So, also, was hatte ich jetzt genommen? Dieses Water-Ding, ne? Wo ist das Water-Ding jetzt? Ach, das war hier unten, ne? Hier. Ähm. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warum macht der sich denn so beschissen da rein? Wisst ihr, was ich meine? Äh, okay. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch gerade. Das sieht immer noch beschissen aus. Das hat aber neulich besser geklappt, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Ha. Ja, okay. Dann muss ich das wahrscheinlich so machen. Ich weiß es nicht. Hm, also, ich, ich finde es komisch. Guck mal, jetzt macht er hier so eine Treppe hin. War das immer schon so komisch? War doch neulich nicht so komisch. So, vor allem habe ich jetzt ein paar Verkäufer zu viel, würde ich sagen. Ähm, kann man dich entlassen? Irgendwie? Wo kann man denn... Achso, einfach mal löschen? Achso, ein Mitarbeiter wurde gefeuert, wenn man ihn löscht. Alles klar. Gut. So, dann würde ich aber das ganz gerne. Natürlich. Natürlich. Ah, ja. Wartet mal. Ähm... Nein. Wartet, wartet, wartet. Wie kann man es wieder rückgängig machen? Ach, du meine Güte. Nein, so wollte ich es jetzt auch nicht haben. Ähm, muss ich das... Das muss ich doch jetzt nicht alles. Wartet mal. Das wollte ich auch nicht. Ähm, also irgendwie finde ich das... Warte mal, ich finde das echt ein bisschen seltsam. Jetzt habe ich schon vier Mitarbeiter. Unfassbar. Ja, ja, komm, lösch dich nochmal. Ja, komm. Wir werden die jetzt alle nochmal entlassen. Du bist schon entlassen, ne? Gut, ich werde jetzt mal... Wechseln sie. Wechseln sie. So, also noch einmal, bitte. Seltsam, dass es irgendwie nicht funktioniert haben will. Keine Ahnung, woran es lag. So, also nochmal auf Deutsch. Warum macht der sich... Oder muss ich irgendwie eine Gruppe auswählen? So, wartet, dass ich das jetzt hier irgendwie mit reinmache. Quatsch, Beeinrichtung bitte gucken. Ah, jetzt macht er das rein. Achso, ich muss es erst in eine Gruppe machen. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Bitte merken, Fanny. Bitte merken. So, kann ich das jetzt verschieben? Ich hoffe. Oh ja, nice. Jetzt seid ihr im Weg, ne? Ach, ihr seid so eine Schnösel, ey. Warte mal. So, die Wege wieder wegmachen. Es ist mega kompliziert. Sorry. So, und noch einmal. Bewegen. Weil ich will es jetzt nicht so weit weg haben, ne? Genau. Vielleicht hier so? Ja, Perfekto. Ist aber schief, ne? Quatsch. Falsch. Okay, jetzt geht's wieder nicht wahrscheinlich. No. Aber eigentlich geht's doch. Eigentlich geht's. Gut, dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Start drücken. So, wo sind jetzt meine Mitarbeiter? Die sind jetzt hier irgendwie festgepackt, oder was? Oh, ich stehe kurz vor der Inzucht. Sagt mal, Leute. Ist es denn eigentlich auch schlimm, wenn die in der Inzucht sind? Gehege. Was? Nicht zugänglich. Hallo, Lula. Äh. Moment mal. Hallo, Lula. Achso, die habe ich... Ach ja. Haha. Entschuldigung. Die muss ich doch löschen. Entschuldigung. Ihr seid alt. Ihr müsst weg. Gut. Okay. Tierarzt kann das Gehege nicht... Wartet mal, ich muss nochmal ganz kurz auf Pause machen. Kann das Gehege nicht erreichen, oder was? Oh ja, natürlich. Ups. Ups. Da habe ich doch tatsächlich die Wege vergessen. Ganz böse. Nein, ich mache das anders. Ich werde mal die Barriere bearbeiten. Und werde jetzt... Den Eingang... Ähm... Kann ich den Eingang nicht... Dingsen? Barriere bearbeiten. Nee, wartet, wartet, wartet. Ja, ja, ja. So, what is... Nein, nein. So. Genau. Okay, so, dann brauche ich jetzt einen Mitarbeiterweg. Genau dahin. Sehr schön. So, dann kann das natürlich auch gelöscht werden. Oh mein Gott, Leute. Ich muss hier noch eine Menge verändern wieder. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, weg mit euch. Weg mit euch, weg mit euch. So, okay. So, jetzt müsste das eigentlich klappen, ne? So, dann wollte ich euch nochmal ganz schnell was zeigen, bevor ich die Folge beende, weil ich habe schon wieder überzogen, ne? Ich habe nämlich ein ganz besonderes Krokodil bekommen. Wartet mal, wo ist denn das? Wo bist du denn? Du bist so hübsch. Wartet, wartet, wartet. Schwimmt es gerade? Ja, guck mal, hier schwimmt es. Guck mal, ich habe einen Albino. Ein weißes. Ist das nicht toll? Ein weißes Krokodillein. Ich finde das schön. Ist auch ein Goldenes, ne? Was ich bekommen habe. Total klasse. Finde ich voll geil. Okay, was habe ich denn hier noch? Alles klar. Etwas, was ich jetzt nicht für wichtig achte. So. Sind die jetzt offen, die Läden? Sind sie. Wunderbar. Erstmal gucken, ob hier alles soweit gut ist. So, die werden hier auch angenommen. Super. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, meine Lieben, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Dann werde ich hier auch noch so eine Plätze hinmachen, so wie hier auch. So, mit so einer Rundung, irgendwie. Ja, genau. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich mein Zoo entwickelt. Nicht wahr, meine Lieben? Ja, das stimmt jetzt hier auch nicht mehr. Die Vivarien, ja, die müssen auf jeden Fall woanders hin, definitiv. Genau, und in der nächsten Folge werde ich mal gucken, dass ich... Was ist denn ausgefallen? Ja. Dann einmal den Rechner, den Rechner, den Techniker rufen. Ach, der ist ja schon dran. Wow, das ging ja schnell. Okay, gut, gut. So muss es sein, so muss es sein. Okay, gut. Also, wie gesagt, ich werde den Eingang noch versetzen hier, ne? Der kommt dann, ähm... Ach, wartet mal. Das ist ja gar nicht die neue Welt, ich depp. Das ist ja schon, ähm... Ja. Da habe ich mich vertan. Das muss ich also nochmal unstrukturieren. Das ist ja hier nicht mehr die neue Welt, denn hier geht es ja los mit, ähm... Mit meinem nordamerikanischen Teil. Oh Gott, ich Idiot. Na gut, so ist das. So ist das, wenn ich nicht nachdenke. Die neue Welt, die geht ja hier weiter, sozusagen, ne? Okay, nicht schlimm, das werde ich einfach umdisponieren, ne? Mach ich aber offline und in der nächsten Folge ist es dann behoben. Also, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Bye, bye. Bye. Okay. 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 Vielen Dank.